Ich melde mich noch mal in der Uhr hier aus Schnellsen, aus meiner Bude. Herzlichen Glückwunsch Sonny Kittel. Sonny ist gestern Vater von einer gesunden Tochter geworden. Sonny, ich drücke dir alle Daumen. Also du hast heute auch ein gutes Spiel gemacht. Aber vielleicht waren die Nächte auch ein bisschen lang für dich. Und die werden jetzt noch kürzer. Du weißt, wenn die Mädchen schreien gemäht wie die Jungs. Sonny, alles Gute für dich und deine Frau. Und wir sehen uns wieder beim Training. Alles Gute. Tschüssi. Alles klar. Ich freue mich für dich alle. Alles Gute. Tschüssi.